Nummer 5. Es ist das billigste Produkt in diesem Bericht. Das Gewicht von etwas mehr als einem Kilo macht es sowohl für die einhändige als auch für die zweihändige Nutzung bequem. Es ist ein großartiges Produkt für diejenigen, die mit Schleifmaschinen arbeiten und ihre erste Arbeit zu Hause erledigen müssen. Es ist nicht geeignet für diejenigen, die ein Werkzeug suchen, das auf schwierigeren Oberflächen ständig eingesetzt werden kann. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Diese Maschine wiegt 2,52 Kilogramm und muss mit zwei Händen gehandhabt werden, um sie optimal zu nutzen und die Leistung zu beherrschen. Sie kann auf 7000 oder 15000 Umlaufbahnen pro Minute eingestellt werden. Es handelt sich um ein widerstandsfähiges Produkt, das sich für die unterschiedlichsten Verfahren eignet, aber nicht als professionell definiert werden kann. Hervorragend geeignet für Holzoberflächen und kann mit etwas Erfahrung durch Veränderung der Intensität der Umlaufbahnen auch an empfindlichere Oberflächen angepasst werden. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Dieses Modell hat eine Ausgangsleistung von 200 Watt. Dank seines geringen Gewichts und seines bequemen Griffes kann es als Einhandschleifer verwendet werden. Sie kann 14000 Umlaufbahnen pro Minute durchführen und die Umlaufbahn hat einen Durchmesser von 1,5 Millimetern. Es kann zusammen mit Schleifpapier verwendet werden, um die schwierigsten Oberflächen zu schleifen und abzuschleifen. Hervorragendes Staub- und Abfallabsaugsystem, das in der Lage ist, jede Arbeitsstation jederzeit sauber zu halten. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Dieser Schwingschleifer arbeitet mit einer Leistung von 190 Watt und kann auf eine Leistung von 4000 oder 11000 Umdrehungen pro Minute eingestellt werden. Hervorragend geeignet als Schwingschleifer in Kombination mit Schleifmaterialien. Auch bei diesem Modell ermöglichet die rechteckige Platte selbst die Details von eckigen Oberflächen anzufahren und zu schleifen. Die Grundplatte ist langlebig und die Befestigung des Schleifpapiers ist schnell und einfach. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Ausgestattet mit dem EasyFit-System zum automatischen Spannen des Papiers, das eine perfekte Abdichtung des Schleifpapiers in Rollen oder mit Klettverschluss garantiert. Ideal für die empfindlichsten Oberflächen, aber auch für klassischere Oberflächen wie Holz oder Metall. Es ist in der Lage, Oberflächen gut abzukratzen und dabei Staub einzuschließen, und das Rotationssystem belastet die Arme nicht unnötig. Es kann problemlos auf allen Oberflächen und über lange Zeiträume hinweg eingesetzt werden. Hervorragend geeignet auch als Schwingschleifer für Fensterläden, um selbst die ruiniertesten Fensterläden wieder auf Hochglanz zu bringen. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. 1025 mm 100F 14 14 15 15 16